Musik Also ich sage, ich gehe ganz vorne, oder? Vielleicht besser. Boris, wie viel wiegst du? Moment mal, 82 Kilo. 81, 82 Kilo. Ich wieg 86, würde ich sagen, ich lege mich vorne rein. Ja okay, dann leg du dich vorne rein. Ich bin schwerer. Ja, dann geh du vorne rein. Ja, vorne rein.